Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Starke Frauen ist da und ich freue mich so sehr, bevor wir starten, das obligatorische, euphorische Intro für die Frau an meiner Seite. Die großartigste, herzlichste, schönste, beste, klügste Katrin Jakob. Oh Mann, wir steigern uns ja irgendwie gefühlt in jeder Folge mit den Adjektiven. Und mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein als, und natürlich an meiner Seite, die beste, beste, schönste, tollste, großartigste, großherzigste, guck mal, ich bin gerade schon so ein bisschen sprachlos, Kim Seidler. Und damit herzlich willkommen natürlich auch von mir an euch da draußen. Ich freue mich natürlich auch sehr, denn diese Frau ist mal wieder eine, die mich persönlich auch abseits der Kamera sehr beeindruckt, also die wir jetzt vorstellen. Ja, ich freue mich auch. Atem, macht einen auch sprachlos, ne? Ja. Ich freue mich auch total auf Sie und möchte zu Beginn etwas versuchen. So. Bitte schließt einmal die Augen da draußen, stellt euch die neuseeländische Weite vor, über die die Kamera fliegt, begleitet von dramatischer Filmmusik, in diesem Fall von Howard Shaw. Und dann diese Worte. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost. For none now live who remember it. Und zu deutsch. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren, da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Gänsehaut. Das waren natürlich die berühmten Worte der Elbenkönigin Galadriel, ganz zu Beginn im Prolog der Herr der Ringe für Filmung von 2001 bis 2003 durch den neuseeländischen Regisseur Peter Jackson and Thiem auf Basis des legendären Werkes von J.R. Tolkien. Ich muss dazu sagen, zu meiner Schande, dass ich einen Kumpel gebeten habe, weil ich neun Stunden mir nicht antun wollte, dass er mir die besten Szenen in einem 20-minütigen Werk zusammenschritten halten muss. Ist nicht dein Ernst, Kim. Oh mein Gott, Daniel, nicht hinhören. Ich bin ja so effizienzgetrieben, das war wirklich auch schon damals so, da war ich 19, das erinnere ich noch, wo dann auch der Kumpel vor mir meinte, du spinnst doch. Und da habe ich gesagt, ich habe die Zeit nicht, mich da neun Stunden nicht an sie hinzusetzen. Du bist wirklich crazy. Ich weiß. Ja, 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 es werden viele Leute aufschreien. Ich möchte nicht, dass sie uns entfolgt. Sie hat es nicht so gemeint. Jackson schrieb das adaptierte Drehbuch übrigens mit zwei Frauen, nämlich Frances Fran, auch kurz genannt, Walsh und Philippa Boynes, beide ebenfalls Neuseeländerinnen. Und für die Rolle der uralten Elbenkönigin Galadriel besetzte Jackson diese junge australische Schauspielerin, die wir euch heute vorstellen, die spätestens seit 1998 und ihrer Rolle als Queen Elizabeth I. in dem Historiendrama Elizabeth weltweite Beachtung fand. Ich habe übrigens die eine Szene so geliebt, diese innere Zerrissenheit, dass ich die Szene als Schauspielerin damals auf mein erstes Demo-Band draufnahm. Aus der Verfilmung, Elisabeth? Aus der Verfilmung, genau. Ich muss gestehen, ich kenne den Film nicht, aber ich muss ihn unbedingt anschauen, definitiv. Und die Fortsetzung natürlich auch. Ja, natürlich. Für Elisabeth wurde sie 1999 übrigens erstmals als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert. Den Golden Globe und British Academy Award hat sie dann im selben Jahr auch gewonnen. Ach, so viel zum Thema Cliffhanging, ne? Aber nochmal zurück zu Galadriel, beziehungsweise fiel mir gerade auf, Galadriel ist ja auch eine Königin. Und Elisabeth, für Kate einfach eine wunderbare Rolle, beziehungsweise sie eine optimale Besetzung, weil sie auch so was Erhabenes hat, ne? Kommen wir ja gleich nochmal so ein bisschen dazu. Das Online-Magazin Vulture schrieb über sie treffenderweise, wie ich finde, Zitat, Der Schlüssel zu ihrer Anziehungskraft und Talent, so würden wir argumentieren, liegt in ihrer Fähigkeit, Zugängigkeit und Unnahbarkeit zu verbinden. Sie ist immer vollständig präsent und doch unerreichbar. Sie war schon immer wagemutig, kompromisslos und beständig, entschlossen, sie selbst. Ja. Also gleichzeitig naber und entrückt, das zieht sich durch ihre vielen Rollen, die sie inzwischen verkörperte. Und es sind eine Menge und wir können wirklich auch nicht auf alles eingehen. Aber wir machen es heute natürlich wieder sehr spannend, weil wir haben ihren Namen immer noch nicht gesagt. Die Rede ist natürlich von Kate Blanchett oder Blanchett, je nachdem. Sie spricht es, glaube ich, Blanchett aus. Kate ist eine australische Schauspielerin und Produzentin. Sie wird oft als eine der besten Darstellerinnen ihrer Generation angesehen und ist bekannt für ihre vielseitige Arbeit in unabhängigen Filmen, Blockbustern und auf der Bühne. Und im Übrigen auch in künstlerischen Projekten. Blanchett hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Academy Awards, also Oscars, vier British Academy Film Awards, vier Golden Globe Awards, außerdem Nominierungen für zwei Primetime Emmy Awards und einen Tony Award. Und sie setzt sich nebenbei auch noch für Frauen in der Branche ein und hat vier Kinder großgezogen. Aber wir fangen am besten ganz von vorne an, Kim, oder? Ja, das machen wir. Kate wurde am 14. Mai 1969 als Catherine Elise Blanchett im Außenbezirk Ivanoe, der australischen Stadt Melbourne, geboren. Ihre Mutter June, geborene Gamble, war damals Lehrerin an einer Schule und hatte eine Vorliebe für Jazzmusik. Irgendwie haben wir auffällig viele Lehrerkinder hier gerade, die wir vorstellen. Und ich möchte betonen, das ist reiner Zufall. Ja, zumindest in letzter Zeit. Also, Catherine, ich bin ja froh, dass wir zumindest bei Kate nicht wie sonst bei manch einer Frau sagen müssen, sie erhielt nicht die gleiche Ausbildung wie die Männer ihrer Zeit. Oder ihre Verdienste wurden einem Mann zugeschrieben. Oder die zeitgenössische Idee der Sittlichkeit oder der vorherrschenden Meinung von Mann und Frau stand ihrer Berufsausübung im Weg. Oder nach ihrem Tod wurde sie und ihr Werk vergessen. Da bin ich auch sehr froh. Ja, also wenn wir über Frauen in der Historie sprechen, deswegen freut es mich umso mehr, dass Kate auch noch lebt und sie einen besseren Weg hatte als manch andere Frau vor ihrer Zeit. Ja. Zurück zu Kate. Kate's Vater Robert DeWitt Blanchett Jr. war ein Texaner aus der USA, der mit 14 die Schule abbrach und schließlich zur US Navy ging. Und June und Robert trafen sich, als Robert inzwischen Offizier mit dem Schiff vor Melbourne liegen blieb. Und für beide war es die große Liebe. Er suchte sich in Melbourne einen Job in der Werbung und sie heirateten. Das Paar bekam drei Kinder, Kate war das mittlere. Ihr älterer Bruder Bob ist inzwischen Computerprogrammierer und ihre jüngere Schwester ist Bühnenbauerin und Architektin. Ja, denn New Yorker hat ein wirklich langes Feature über Kate geschrieben, aus dem wir hier unter anderem viele Informationen auch ziehen. Ebenso wie aus einem Beitrag des schottischen The Herald. Im New Yorker beschrieb Kate ihre Kindheit als enorm verspielt und sie hat sie als sehr frei empfunden. Und mit ihrer jüngeren Schwester hat sie auch immer wieder Figuren erfunden, die sie dann spielte. Also quasi, sagen jetzt Katrin und ich mal, als Vorbote ihrer Schauspielkarriere. Und im Alter von neun Jahren hat sie zum Beispiel bei Nachbarn geklopft und Geschichten über einen verlorenen Hund erzählt, den es aber gar nicht gab. Sie sagte dazu, das haben wir ein bisschen übersetzt jetzt, meine ganze Kindheit war so, wenn jemand mich zu etwas herausgefordert hat, habe ich es getan. Sie beschrieb sich anderswo auch als teils extrovertiert, teils Mauerblümchen und besuchte nach der Grundschule, die nannte sich Ivano East Primary School, erst eine Mädchenschule und schließlich das Melbourne Methodist Ladies College. Also die Methodisten sind quasi ein Ableger, wenn man das so sagen kann, der evangelischen Kirche. Doch leider, leider gab es auch hier einen großen Schicksalsschlag. Kates Vater Robert starb nämlich in ihrem zehnten Lebensjahr in einem Herzinfarkt. Da war er gerade mal 40 Jahre alt. Und Kate kann sich an den Moment erinnern, an dem sie ihren Vater das letzte Mal sah. Sie hat Klavier gespielt, ihm zum Abschied lediglich kurz zugewinkt und sich später Vorwürfe gemacht, ihn nicht ordentlich verabschiedet zu haben. Und seitdem sagt sie immer allen im Haus ganz explizit auf Wiedersehen, wenn sie aus dem Haus geht, laut ihrem Ehemann Andrew auf jeden Fall, bis heute. Früher noch mit Umarmungen und Abschiedsküssen, heute nach eigenen Angaben mit einer nicht mehr ganz so umfangreichen Abschiedszeremonie. Ihre Zeit des Vaterverlusts 39-jährige Mutter musste die Kinder dann alleine aufziehen, mithilfe von Kates Großmutter. Kate beschreibt es als großartig, mit mehreren Generationen von starken Frauen in einem Haushalt gelebt zu haben und ihr Bruder Bob tat ihr deswegen auch ein bisschen leid. Zitat, my poor brother, führt es zwar nicht aus, aber man kann sich schon denken, was sie damit gemeint haben könnte. In dem Alter entdeckte Kate dann auch ihre Liebe zu Horrorfilmen, was ganz interessant ist. Also das ein oder andere Film erinnert da vielleicht dran, ja. Wie war das bei dir in der Teenie-Zeit? Hattest du auch so eine Vorliebe zu Horrorfilmen? Nein, ich kann bis heute nicht Horrorfilme gucken, ich kann nicht schlafen. Ich habe ein Trauma von S, also sowohl von dem Buch als auch. Und dann habe ich Friedhof der Kuscheltiere, habe ich gesehen. Es ist mir nicht gut bekommen. Also ich war auf jeden Fall nicht gut. Aber das hatte ich auch so eine ähnliche Erfahrung. Also ich habe in dem Alter auch angefangen, also in einer Teenie-Zeit, ich weiß gar nicht, mit zwölf ungefähr, Horrorfilme zu gucken. Deswegen kann ich ihre Vorliebe da oder die Liebe zu Horrorfilmen total nachvollziehen. Aber es gab dann einen Film, der nannte sich Hostel, den haben wir im Kino geguckt. Und da bin ich wirklich auf Toilette gegangen und habe mich übergeben. Und seitdem kann ich genauso wie du keine Horrorfilme mehr gucken. Ich gucke das wie so ein fünfjähriges Kind und mir geht dann wirklich das Herz ganz, ganz schnell. Ja, bitte ausmachen. Ihr Lieben da draußen, wir lassen euch teilhaben an unseren Traumata in der Familie. Ganz so schlimm war es bei mir nicht, aber ich hatte wirklich Probleme mit dem Schlafen gehabt. Licht an, ne? Licht an, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei mir auch. Und immer geguckt, wer da so unterm Bett ist und so. Naja, wir schweifen ab. Kate war auf jeden Fall eine ziemlich rebellische Teenagerin, die laut eigener Aussage immer von der inneren Stimme ihrer Mutter davon abgehalten wurde. Richtigen Blödsinn zu bauen, das erzählte sie dem australischen Sender ABC mal im Jahr 2005. Und sie war, nicht weiter überraschend, kein besonders angepasstes Kind. Sie hat sich wohl lange auch in traditionell eher männlichen Klamotten wohlgefühlt. Das jetzt nur mal so am Rande bemerkt, weil darauf kommen wir später noch zu sprechen. Im Alter von 15 Jahren hatte sie so ihre Punkphase, hat sich auch die Haare rasiert und komplett ab, den Kopf rasiert. Und hätte beinahe ihren damaligen Job aufgrund dessen in einem Altenpflegeheim in Victoria, also einer australischen Stadt in der Nähe, verloren. Doch die BewohnerInnen mochten sie wohl so sehr, dass sie sie einfach auch nicht feuern konnten. Warum auch? Wegen fehlender Haare. Also ich weiß auch nicht. Das gibt, glaube ich, andere Gründe. Die damalige Zeit. Jedenfalls. Auf der Girls' Grammar School, also dem Gymnasium, widmete sich Kate dann schließlich richtig dem Schauspiel und war dort laut einer Alumni-Seite. House Drama Captain, was auch immer das genau bedeutet. Wahrscheinlich irgendwie Chefin oder Vorsitzende des Clubs. Das, so kenne ich das jedenfalls auch aus der amerikanischen Highschool. Da gab es auch so einen Drama Club. Da ist das Club und, und, aber AG. Das klingt so toll. Ja, total. In Deutschland ist es dann die Theater-AG oder darstelle eine Spiel-AG. Aber so dieses Club-System ist ja total in der Schule verhaftet. Da bleiben sowieso alle immer länger für extra curricular irgendwas, ob das Sport ist oder eben Drama und so weiter und so fort. Genau. Ja. Genau, ich hatte das große Vergnügen, dass das bei mir an der Schule auch so war, dass wir immer am Nachmittag tolle Clubs oder AGs hatten. Voll gut. Aber zurück, ja, ne, fand ich auch gerade, aber auch gut zu erfahren, dass das gar nicht an jeder Schule so angeboten wurde oder wird. Zurück zu Kate. Nach ihrem Abitur begann Kate schließlich zu studieren und zwar gar nicht Schauspiel, so wie Kathrin und ich jetzt eigentlich angenommen hätten, sondern Ökonomie und Kunstgeschichte an der University of Melbourne. Wer weiß, vielleicht hat ihre Mutter gesagt, mach was anständiges Kind. Das hielt sie allerdings dann nur ein Jahr durch. Dann kam wieder der Rebell in ihr durch und sie ging erst mal backpacken, sogar bis nach Ägypten. Und dort traf sie einen schottischen Casting-Director, also wie es der Zufall manchmal so will, der für den Film Cabouria, ich kenne ihn gar nicht, amerikanisch aussehende Schauspielerin für Statistenrollen suchte. Und sie spielte dort eine feiernde Frau im Partygirl, in einer Partygesellschaft und so konnte sie damit auch ihren Aufenthalt bezahlen, das war ja auch echt nützlich. Die Szene kann man sogar auch noch auf YouTube finden, packen wir euch gerne die Shownotes. Nicht so teuer fand Kate, dass sie mit einem Pompon den Hauptdarsteller anfeuern musste. Das waren sie erstens nicht nur langweilig, sondern auch voll. Das sind zwei, so wie Cheerleader, diese Pompons. Ja, ja, genau, genau, genau. Und das fand sie aber auch sehr beschämend. Ja. Ja, das hat sie zum Glück nicht von der Schauspielerei abgehalten, ganz im Gegenteil. Sie entschloss sich dann, sogar nach ihrer Rückkehr nach Australien, spontan für eine Bewerbung am NIDA. Das ist das National Institute of Dramatic Art in Sydney. Und das geht drei Jahre, ist ein dreijähriges Schauspielstudium, ja, und sie wurde sogar genommen. Und am NIDA spielte sie unter anderem die Theaterrolle der Clytemnestra in Sophocles Electra, inszeniert von der Schauspielerin und Regisseurin Lindy Davis. Kate bekam schließlich die Hauptrolle, nicht weil sie, wofür sie so bekannt ist, so exzellent spielte, sondern auch, weil sie über Ostern bereit war zu arbeiten. Ja, das muss ja auch mal ein bisschen pragmatisch sein, ne? Auf jeden Fall. Lindy Davis beschrieb später übrigens, dass Kate in ihrem Schauspiel zum Ausdruck brachte, dass sie wusste, was Verlust bedeutet. Insgesamt bekam Kate für die Rolle der Elektra viel Lob. Sie musste sich allerdings auch durchschlagen, denn wie so viele StudentInnen hatte sie kaum Geld und musste jeden Penny eben zweimal umdrehen. Einen richtig guten Ratschlag hat Kate wohl auch damals von einem Schauspiellehrer bekommen. Zitat, When you're performing, always keep your lights on, he told her. When you're home, turn them off. Also frei übersetzt sowas wie, lass dein inneres Leuchten immer an, also light on, ne? Also immer an sein, wenn du performst und zu Hause darfst du dann, ja, deine Energie sparen und runterfahren, ne? Ja, das schaffte sie offenbar, schloss 92 ab und bekam beinahe direkt ihren ersten Job für die Sydney Theatre Company als Oleana in dem gleichnamigen Zwei-Personen-Stück von David Mamet. Und worum geht's da? Ja, sehr gut, dass du fragst. Es geht um den Machtkampf zwischen einem Universitätsprofessor und einer seiner StudentInnen, die ihm sexuelle Belästigung vorwirft und ihm damit, ja, seine Chancen auf eine Anstellung versaut. In Oleana spielt Kate zusammen mit Geoffrey Rush, der übrigens später für die Nebenrolle des Sprachtrainers in dem Film The King's Speech einen Oscar gewann. Und 93 bekam Kate nicht nur den Best-Newcomer-Award für ihre Rolle in Timothy Daly's Kafka-Dances, sondern auch den Best-Actress-Award für Oleana. Damit war sie die erste Schauspielerin, und hier sind auch wieder Männer inkludiert, der das jemals gelang. Kate ist dem Theater auch bis heute treu geblieben und es gab noch viele weitere Rollen, das ja eher so in Deutschland verpönt, ne? Man soll sich entscheiden, entweder Film oder Theater, aber... Ah, okay. Ja, also manche Schauspieler oder SchauspielerInnen haben das jetzt auch schon aufgebrochen, aber zu meiner Zeit war das noch, entscheide dich, Film oder Theater. Ja, aber damals kam ja auch noch die Filmkarriere für Kate dazu. Und zwar ganz, ganz gewaltig, ne? Also, jeder von euch da draußen kennt mindestens einen Film, würde ich mal unterstellen, von ihr. Erst einmal hatte sie Mitte der 90er Jahre kleinere Rollen in den TV-Serien Police Rescue und Border Town, wo sie mit Hugo Weaving spielte, dem anderen großen Elben, Elrond in Herr der Ringe. Vielleicht, wenn ihr die Filme gesehen habt, nicht so wie Kim. Oder ihr habt ihn gesehen als Agent Smith in Matrix. Die Regisseurin Gillian Armstrong. Das kenne ich. Jedenfalls hatte Kates Performance in Eoleana gesehen und besetzte sie 1997 als weibliche Hauptrolle Lucinda für ihre Filmadaption des Buchs Oscar und Lucinda von Peter Carey. Den Oscar spielte übrigens damals Ralph Fiennes. In dem Film geht es um Glücksspiel, insbesondere Poker. Das ist eigentlich erstmal nicht wichtig, aber doch irgendwie. Denn für Kate ergab sich damit auch privat etwas oder öffnete sich ein Türchen. Sie musste das Pokerspiel nämlich für die Rolle üben und das tat sie mit dem Bühnen- und Drehbuchautor Andrew Upton. Den hielt sie erst für ziemlich arrogant und er sie für abgehoben, aber sie näherten sich an. Und während Andrew ihr noch erzählte bei einem Zusammentreffen, wie toll er eine Freundin von ihr fand, küßten sie sich plötzlich. Drei Wochen später machte er ihr einen Heiratsantrag und die beiden sind heute noch verheiratet und haben drei Söhne und eine Tochter. Dashiell John Upton, Roman Robert Upton, Ignatius Martin Upton und eine Tochter Edith Vivian Patricia Upton, die das Ehepaar 2015 adoptierte. Ende der 90er nahm Kates Karriere dann so richtig Fahrt auf. Für ihre Rolle in Oscar and Lucinda wurde sie noch für einen AFI Award, American Film Institute Award, als beste Hauptdarstellerin nominiert. Gewann einen solchen Award im selben Jahr für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin in Thank God He Met Lizzie, einer romantischen Komödie. 97 spielte sie noch in dem leider finanziellen Flop Paradise Road an der Seite von Glenn Close und Frances McDormand. Verstehe ich gar nicht, weil auch großartige Schauspielerin, aber passiert. 98 kam dann aber der ganz große Durchbruch mit dem Historiendrama Elizabeth, das du am Anfang so gelobt hast von Shekka Kapoor. Kate spielte, wie schon erwähnt eben, besagte Elizabeth die Erste, gerne auch nochmal in unsere Folge 31 reinhören, und sahnte wohlwollende Kritiken noch und nöcher ab. Ein Beispiel aus der Variety zu ihrer Performance, Zitat, Blanchett vermittelt mit Anmut, Gelassenheit und Intelligenz, dass Elizabeth eine gerissene, entschlossene, fortschrittliche Denkerin war, die sich ihrer eigenen außergewöhnlichen Natur viel zu bewusst war, um sich vor einem Mann zu verbeugen. Großartiges Zitat. Hammer. Hammer. Ja, und die Rolle brachte Kate 99 die erste Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. Gewonnen hat ihn in dem Jahr zwar Gwyneth Paltrow für Shakespeare in Love, aber Spoiler alert, er soll ja noch kommen, der Oscar. Kate drehte so viel in dieser Zeit, wir können das gar nicht alles aufzählen. Also Katrin hat schon ein paar Filmchen genannt, aber schaut bitte gern nochmal nach. Und 2001 kam dann, wie schon eingangs erwähnt, der Herr der Ringe, dessen erste Worte wir ja vorhin auch zitiert haben, und die Rolle der Elbin Galadriel katapultierte sie endgültig in den Rang eines Weltstars. Kate beschrieb, dass sie gar nicht so viel Vorbereitung für die Rolle brauchte. Ihrer Meinung nach sei Regisseur Peter Jackson, Zitat, Einer der wenigen Menschen auf der Welt, die dich glauben lassen können, dass Elben wirklich existieren. Zitat Elbe. Dieselbe Rolle hat Kate später übrigens auch in der Hobbit-Trilogie, also 12 bis 14, gespielt. Und das, obwohl Galadriel dort in der Buchvorlage eigentlich gar nicht vorkam. Kate dazu übrigens, Zitat wieder, Also frei übersetzt wieder, sie glaubte also, dass es Peter Jackson und Fran Walsch durchaus wichtig war, mehr Frauenrollen in die Filme zu bringen. Und Galadriel ist nun mal eine enorm große, vielschichtige und komplexe Figur, die sich durch Tolkiens ganzes Werk zieht und man in den Filmen nur eine ganz kleine Ahnung davon bekommt. Übrigens hat Kate auch die Rolle der Elisabeth I. ein zweites Mal gespielt, und zwar 2007 in dem Nachfolger zu Elisabeth. Der heißt The Golden Age, also zu Deutsch Elisabeth, das goldene Königreich. Und es kam noch so viel mehr und anderes. 2002 hat sie auch mit Tom Tikva gearbeitet für den Film Heaven, wieder mal hochgelobt von der Fachpresse. 2003 in Ron Howard's Western The Missing und 2004 in Martin Scorsese's Aviator, wo sie die Schauspielerin Catherine Hepburn spielte. Also ihr merkt schon, die totale Bandbreite auch. Kate selbst erhielt dann 2005 für Aviator endlich ihren ersten Oscar, und zwar für die beste weibliche Nebenrolle. Und 2007, also nur zwei Jahre später, gab es wieder eine Oscar-Nominierung als beste weibliche Nebendarstellerin für Tagebuch eines Skandals. Notes on a Scandal, großartiger Film, Leute. Da spielt sie an der Seite von Judi Dench. Sage ich nicht deswegen, weil Kate nur eine Nebenrolle spielt, aber die beiden sind einfach großartig miteinander. Also nochmal hier, kleiner Filmtipp. Im selben Jahr, wir erinnern uns an Kates jugendliche Vorliebe für eher männliche Kleidung, gab sie in dem Experimentalfilm I'm Not There von Todd Haynes ganz einen ziemlich guten Mann ab, nämlich niemand geringeren als die Musiklegende Bob Dylan. Und zack, gleich die nächste Oscar-Nominierung als beste weibliche Nebendarstellerin. Und im gleichen Jahr für The Golden Age die Nominierung für die beste weibliche Hauptrolle. Das ist wirklich krass, dass du im selben Jahr für zwei Oscars nominiert wirst. Ich glaube, also ich habe nicht nachgeguckt, wie vielen Leuten das schon passiert ist, aber ich glaube, sie ist da eine ziemliche Ausnahme. Und noch dazu ungewöhnlich, sie ist zweimal für dieselbe Rolle, der Elisabeth I., in zwei unterschiedlichen Filmen nominiert worden, also für den Oscar. Danach wurde es dann filmisch ein bisschen ruhiger um sie, wobei ruhig dabei einigermaßen relativ ist. Und wie gesagt, alles aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Wir können es nicht oft genug sagen. Ihre Filme oder die Liste der Filme könnt ihr in der Filmdatenbank IMDb nachschauen. Es sind insgesamt 96 Einträge als Darstellerin. Wahnsinn. Sieben sind zusätzlich noch in Produktion. Krass. Genau. Aber apropos filmisch ruhiger. Sorry, ich wollte eigentlich auf das ruhiger High gehen. Ja, filmisch ruhiger bedeutet nicht allgemein ruhiger, denn Kate hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrew Upton sich wieder vermehrt dem Theater gewidmet. Die beiden wurden 2008 nämlich Co-CEOs und Artistic Directors, also künstlerische Leitung der Sydney Theatre Company. In der Zeit 2009 begann Kate die Rolle der Blanche Dubois in einer Theateradaption des legendären Films A Streetcar Named Desire, zu deutsch in Station Sehnsucht, oh Gott, das Theaterstück geliebt, zu spielen. Damals in den Hauptrollen Vivian Lee als Blanche Dubois und Marlon Brando als Stanley Kowalski. Vivian Lee, die kennt man natürlich aus einem anderen legendären epischen Film, vom Winde verweht, ich weiß nicht, ich habe so gelitten mit dieser Figur Scarlett O'Hara, da kommen wirklich Erinnerungen hoch gerade, also krass. Ach, schön. Jedenfalls, die Theateradaption von Endstation Sehnsucht wurde ein derartig gewaltiger Erfolg, dass sie von der Crew später auch in New York City und in Washington DC aufgeführt wurde. Kate heimste hier nicht nur überragende Kritiken von JournalistInnen ein, sondern auch von berühmten KollegInnen, Jane Fonda zum Beispiel, nannte Kates Rolle, Zitat, die großartigste Bühnen-Performance, die ich jemals gesehen habe, Zitat Ende. Wow. Und Mary Streep meinte, Zitat, dieser Auftritt war so nackt, so roh und außergewöhnlich und erstaunlich und überraschend und beängstigender als alles, was ich je gesehen habe. Ich dachte, ich hätte dieses Stück gesehen. Ich dachte, ich kenne alle Zeilen auswendig, weil ich es so oft gesehen habe. Aber ich hatte das Stück noch nie gesehen, bis ich diese Aufführung gesehen habe. Halleluja. Halleluja, wirklich. Aber auch in Sachen Theaterproduktion gilt, Kate hat so viel gemacht, dass wir es unmöglich alles aufzählen können. Wirklich auch unzählige Rollen, unzählige Auszeichnungen. Und die New York Times schrieb jedenfalls, Blanchett confirms his status as one of the best and bravest actresses on the planet. Und wenn die New York Times das sagt, ja, dann ist Kate also tatsächlich eine der besten Schauspielerinnen auf dem Planeten. Und das meine ich wirklich auch nicht mal halb ironisch. Nee. Also gar nicht ironisch. Denn es blieb bei vielen Engagements. Und ab 2012 kamen dann auch noch wieder vermehrt Kinoauftritte dazu für Kate. 2013 erschien der Film Blue Jasmine von Woody Allen, der übrigens Lose auf Endstation Sehnsucht basiert. Und wir haben ja gehört, wenn jemand diese Rolle verinnerlicht hatte, dann war es Kate Blanchett. Der Spiegel schrieb zu ihrer Performance in eben besagtem Film, Blue Jasmine ist ein großartiger Horrorfilm aus dem Hochkapitalismus, der sich ganz auf Kate Blanchett konzentriert. Auf eine Frau im freien Fall, die in einem Moment strahlend schön, unnahbar und stolz sein kann und sich im nächsten Augenblick in einer zitternden, in einen zitternden Haufen Elend verwandelt. Da ist sie, diese Balance aus Entrücktheit und Nahbarkeit wieder, die sich durch ihre ganze Karriere zieht, finde ich jedenfalls. Also es ist wirklich, wirklich bemerkenswert. 2014 erhielt sie dann für diese Rolle ihren zweiten Oscar, aber den ersten als beste Hauptdarstellerin. Damit ist sie die sechste Frau, der das überhaupt gelang, beide Kategorien zu gewinnen. Beste Nebendarstellerin und beste Hauptdarstellerin. Und sie ist die erste Australierin, die mehr als einen Oscar für das Schauspiel gewann. Catherine Martin hat übrigens vier, auch eine Australierin, allerdings nicht für Schauspiel, sondern jeweils zwei für Kostüme und Szenendesign. Aber die, oh, Wahnsinn, ne? Bei all diesem Praise, diesem Lob, diesen Auszeichnungen hat Kate auch noch diesen Humor, der sie auszeichnet. Vielleicht braucht man den gerade auch, wenn man, wenn man so krass viel arbeitet. Als sie nach einem, als sie nach ihrem Oscarsieg 2014 auf die Pressekonferenz kommt und ein Journalist sie fragt oder darauf hinweist, dass sie ja nun also die erste Australierin, Männer inkludiert, mit zwei Oscars für Schauspiel sei, sagt sie scherzhaft, Und don't you fucking forget it. Das braucht man, glaube ich, nicht zu übersetzen. Und das brachte den Journalisten aber so zum Lachen, bevor sie aber dann ernst hinterher schob, dass ihre Theateraffinität wirklich mitverantwortlich sei für diesen Erfolg. Ja, richtig geil. Jetzt kommen wir dann auch mal zu den etwas ernsteren Themen, denen sich Kate ja auch gewidmet hat und weiter widmet. Als die sogenannte MeToo-Bewegung 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals so richtig Fahrt aufnahm und ja nicht nur den berühmten Hollywood-Produzenten betraf, wurden einige Frauen, unter anderem auch Kate und Blake Lively, dafür kritisiert, dass sie beispielsweise mit Woody Allen zusammengearbeitet hatten. Etwas Hintergrund auch dazu. Dylan Farrell hatte Woody Allen 92 des sexuellen Missbrauchs bezichtigt und ist davon auch nie abgerückt, auch wenn es keine Beweise gab. Und der MeToo-Bewegung sollten wir ohnehin auch sowieso mal eine eigene Folge widmen, glaube ich, Katrin, um das ganze System auch mal zu verdeutlichen. Wir haben das bei Marilyn Monroe schon ziemlich stark skizziert. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, welche Abhängigkeiten es da gibt, um überhaupt Weltstar werden zu können, was die Erwartungen an Schauspielerinnen da ganz besonders sind. Aber genau. Jedenfalls ging aus eben dieser MeToo-Bewegung die am 01.01.2018 gegründete Organisation Times Up hervor, bei der Kate zu den etwa 300 Mitgründerinnen zählte. Mit dabei solch prominente Frauen wie Shonda Rhimes, Reese Witherspoon und auch Natalie Portman. Und Ziel der Organisation war und ist es auch immer noch, arbeitende Frauen vor sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz zu schützen. Kate Blanchett hat insbesondere Harvey Weinstein nach Publikwerden der Vorwürfe scharf kritisiert. Dylan Farrow. Jedenfalls fand es heuchlerisch, wenn Schauspielerinnen sich gegen sexuelle Belästigung aussprechen, aber gleichzeitig mit Männern wie ihrem Adoptivvater arbeiten. Woody Allen in dem Fall. Ja, genau. Kate hat sich da sehr diplomatisch ausgedrückt und der Familie allen Farrow gewünscht, dass sie ihren Frieden mit der Situation findet und gegenüber der Vanity Fair erklärt, dass soziale Medien nicht Richter sein können, sondern alles den Weg des Gesetzes gehen muss. Zitat, haben wir jetzt übersetzt, wenn der Fall neu aufgerollt werden muss, unterstütze ich das von ganzem Herzen. Damit spielt sie wohl auch auf die Tatsache an, dass gerade Dylan Farrows Vorwürfe gegen Woody Allen vor Gericht nie bewiesen werden konnten und auch gegen sie selbst Vorwürfe aus der Familie vorliegen, darunter von Allens Ehefrau Sunye Previn, dass Dylan Farrow einiges über Woody Allen nur erfunden hat, hätte. Ja, hätte, wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall eine unglaublich vertragte Situation, finde ich. Das Gesetz muss selbstverständlich auf Seiten der Opfer sein. So ist es ja auch gedacht. Auf der Seite derjenigen, die Leid erfahren. Das müssen aber eben auch Beweise vorliegen. Ja, was auch schwer ist. Ja, total, total. Kate jedenfalls setzt sich nach wie vor für die Sache der Frauen in der Filmindustrie ein und bedauerte schon 2013 in einem Interview mit Sky News eine neue Welle des Konservatismus und der Rückschritte, was die Gleichstellung der Frau anbelangt. Besonders eine sexistische Schmierenkampagne gegenüber der ersten australischen Premierministerin Julia Guilla fand sie, Zitat, sehr schockierend. Bei den Filmfestspielen von Cannes 2018, deren Jurypräsidentin sie war, war sie auch sozusagen die Speerspitze des berühmten Women's March, als 82 weltberühmte weibliche Filmschaffende gemeinsam die Stufen zum Festivalpalast hinaufschritten. Dort blieben sie stehen und Kate sagte ins Mikrofon, Frauen sind auf der Welt keine Minderheit. Aber der aktuelle Zustand unserer Branche sagt etwas anderes. Die Treppen müssen für alle zugänglich sein. Lass sie uns erklimmen. Und fembio.org schreibt dazu, die Zahl 82 war symbolträchtig. 82 Regisseurinnen mit ihren Filmen waren 1946 nach Cannes eingeladen worden und 1688 Regisseure. Also, ne, 82 und 1688. 73 goldene Palmen wurden in diesem Zeitraum vergeben. Davon nur zwei an Frauen. An Jane Campion und an die fast 90-jährige Inez Vardar, die auf der Treppe neben Blanchett stand und die Botschaft auf Französisch vortrug. I love that. So, alles mal kurz sacken lassen, ne? Ja. Aber Kate engagiert sich insgesamt gesellschaftlich. Schon 2006 schloss sie sich Al Gores Klimaprojekt an und wurde 2007 Botschafterin für die Australian Conservation Foundation, kurz ACF. die sich für Nachhaltigkeit einsetzt. In ihrer erwähnten Zeit als CEO der Sydney Theda Company in Sydney von 2008 bis 2011 gründeten Kate und ihr Ehemann ein Umweltprogramm namens Greening the Wharf, das in Solarenergie die Sammlung und Aufwertung von Regenwasser und bessere Müllverwertung investierte. Außerdem sprach sie sich 2011 öffentlich für eine CO2-Steuer in Australien aus. Zitat, 2014 nahm Kate dann auch an der Green Carpet Challenge teil, die dazu ermutigen sollte, nachhaltige Mode stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Sie trug bei der Golden Globe Verleihung 2014, wo sie übrigens für Blue Jasmine gewann, ein Kleid und Schmuck aus der Green Carpet Collection von Chopin. Und auch für Flüchtlinge setzt sich Kate ein. Seit 2016 ist die Botschafterin für das UN-Flüchtlingskommissariat, UNHCR, mit Sitz in Genf. Sie reiste 2015 nach Jordanien, 2016 in den Libanon und 2018 nach Bangladesch, um sich mit Flüchtlingen zu treffen und auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Kate hat mehrere Ehrenpreise bekommen, für die ganze Liste gern mal auch auf ihrem englischen Wiki-Eintrag vorbeischauen. Aber einen müssen wir hier erwähnen, weil er in diese Zeit fällt und weil er so alles umfasst. Und zwar, 2017 wurde sie zur Companion of the Order of Australia ernannt. Und zwar hat ihr diese Auszeichnung Elisabeth II. verliehen, die ja nun auch Königin des Commonwealth war. Und in der Begründung heißt es, also warum kriegt sie das? For eminent service to the performing arts as an international stage and screen actor, was eigentlich actress heißen müsste, through seminal contributions as director of artistic organizations, as a role model for women and young performers and as a supporter of humanitarian and environmental causes. Also sowohl für ihr ehrenamtliches Engagement, als auch für die Leistungen in künstlerischer Hinsicht. Also einmal eine wirklich große Auszeichnung. Also es ist fast sowas wie ein Ritterschlag, aber eben nicht ganz. Kate hat die Probleme, die ihr bei ihrer humanitären Arbeit begegneten, auch in ihre Kunst einfließen lassen. 2020 erschienen die von ihr mitproduzierte Miniserie Stateless über, Zitat, vier Fremde, die in einem Internierungslager für Einwanderer mitten in der Wüste Australiens aufeinandertreffen. Übrigens arbeitet Kate auch immer wieder mit zeitgenössischen Künstlern zusammen. Ich war 2016 in einer Ausstellung des Künstlers Julian Rosenfeld, der in 13, wirklich eine beeindruckende Ausstellung, 13 parallel laufende Kurzfilme zeigt er, Zitat, zornige, jugendlich und unerhört aktuell klingende Worte von Künstlern und Architekten innen, Choreografen und Filmemachern und brachte die auf die Leinwand. Er zeigt 13 Mal in diesen Filmen Frauenfiguren, nicht nur, aber auch. Und alle sind gespielt von Kate. Das ist wirklich eine beeindruckende Performance-Ausstellung gewesen. Aber zurück zu Kates Engagement für den UNHCR. Das hält nämlich bis heute an. Sie reist immer wieder um die Welt und verbindet auch das mit Promoreisen für ihre neuesten Filme, um auf die Probleme dort aufmerksam zu machen. Kate sagte im vergangenen Jahr über die Menschenrechte, Zitat, Also es geht um nichts Geringeres als um das Überleben der Menschheit in ihrer Ansicht nach. Nochmal kurz zurückgehen. 2020 hat sie ähnliche Plädoyers auch ganz konkret mit den Problemen verbunden, die die Covid-Pandemie mit sich brachte. Sie bat in einem Gespräch mit Regisseur James Gray die ZuschauerInnen darum, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn in einem überfüllten Flüchtlingscamp Covid ausbreche. Außerdem engagierte sich Kate für den Protest ungarischer Studierender gegen Viktor Orbans über Führung der University of Theatre in Film Arts in Budapest, also in eine Privat-Uni. Da ging es natürlich um reine Schikane für die kritische KünstlerInnen-Branche in Ungarn. Ja, so kann man sie ja abschaffen. Ja, klar. Und sie hat sich, sie hat außerdem die Aktion Artists for Ceasefire unterschrieben, die schon Ende Oktober 2023 einen Waffenstillstand im Stand heute, also Juni 2024, immer noch tobenden Israel-Hamas-Krieg forderte. Ich finde es ganz schwer, mich dazu zu äußern, denn irgendwie sitzt man auch zwischen den Stühlen, also ich zumindest, dem Mitgefühl für israelische und palästinensische Menschen gleichermaßen, sowie der Kritik an jenen, die sie für den Terror und diesen daraus entstandenen Krieg leiden lassen. Deswegen soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Zuletzt machte Kate jedenfalls auch noch Schlagzeilen damit, dass sie auf dem roten Teppich in Cannes dieses Jahr ein Kleid trug, das als ein pro-palästinensisches Statement gewertet wurde, was aber nicht bestätigt wurde. Also ihr könnt ja gerne mal danach googeln, es trägt die Fahnen der palästinensischen Flagge, aber in ganz anderer Weise. Aber nun denn, wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht und das Netz ist ja auch super schnell gewesen, es gab jetzt ja auch die Hetze von Menschen, die sich entweder neutral geäußert haben oder jetzt umschwangen. Sie hat nämlich, sie stand auch schon unter Beobachtung, denn sie hatte sich mit etwas, mit einer etwas fragwürdigen Äußerung den Sport des Netzes aufgehalst. Bei einer Veranstaltung in Cannes, auf der sie ihre Erfahrungen als Förderin geflüchteter Filmemacher teilte, hatte sie sich als Middle Class bezeichnet, was mit einem millionenfachen Vermögen schon ein bisschen befremdlich wirkt. Und sie war mit Sicherheit in ihrer Jugendzeit der Middle Class entstammend. Naja gut, mehr wollen wir uns dazu jetzt auch nicht äußern. 2018 noch zählte sie zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Ihr Jahreseinkommen wurde in dem Jahr von Forbes auf 12,5 Millionen US-Dollar geschätzt. Kate ist als Schauspielerin sehr aktiv, obwohl sie schon oft genug mit dem Gedanken spielte, irgendwann mal aufzuhören in zwei verschiedenen Interviews mit Emotion.de. sagte sie, ist auch übersetzt worden von denen, ich will eigentlich die ganze Zeit schon aufhören mit der Schauspielerei. Ich kann meine eigene Stimme nicht mehr hören, es ist Zeit. Und dann hat sie aber zwölf Wochen später, so im November 2023, doch wieder den nächsten Film angefangen zu promoten, nämlich das Historiendrama The New Boy. Oh, hatten wir eigentlich schon Tar erwähnt, der Film, der hatte ihr wieder eine Oscar-Nominierung im Jahr 2023 als beste Hauptdarstellerin eingebracht, wie auch 2016 für Carol. Noch ein Film, den wir auch unterschlagen haben, aber wir haben auch, ich meine, sehr viel unterschlagen, sorry for that, aber wir sind auch schon echt über der Zeit. Es geht, also es ist wirklich, es ist echt nicht einfach, das alles in eine Folge zu packen und wir müssen auch leider noch wieder ein paar Produktionen skippen, zum Beispiel auch die Serie Mrs. America aus 2020 über die politische Bewegung zur Durchsetzung des Gleichstellungszusatzes in die amerikanische Verfassung, super sehenswert, in der Kate die ultrakonservative Politikern Phyllis Schlafly spielt, die sich dieser Bewegung entgegenstellt. Aber Tar von Todd Field ist nicht nur wegen der Oscar-Nominierung erwähnenswert, sondern auch, weil die Hauptfigur so ungewöhnlich ist. Kate spielt darin nämlich die homosexuelle Dirigentin Lydia Tar, die als erste Frau ein großes deutsches Orchester leitet und sich schließlich dem Vorwurf des Machtmissbrauchs erwehren muss. Und in dem Film hat übrigens auch Nina Hoss mitgespielt, die wir vielleicht kennen, also die deutsche Schauspielerin und im selben Jahr gab es übrigens wieder Gerüchte darum, dass Kate Blanchett auch mit Frauenbeziehungen gehabt haben soll. Das hat sie aber immer wieder dementiert. Ja, Tar jedenfalls kam ja erst letztes Jahr raus und zeigt ganz klar, Kate ist noch längst nicht past her prime, um jetzt mal die Oscar-Preisträgerin 2023 Michelle Yeo zu zitieren und sie tritt so bald auch hoffentlich nicht ab. Und ein Funfact haben wir aber auch wieder zum Schluss. Kate hat sich mal mit dem Spiegel über die deutsche Sprache unterhalten. Zitat Ich erinnere mich, als ich ein Teenager war und jemand, von dem ich dachte, er sei so kultiviert, von Schadenfreude sprach und ich sagte Schaden, what the Freude? Ich fand das so ein anspruchsvolles Wort. Als 17-Jährige war es mein neues Lieblingswort. Na, hoffen wir mal, dass es bei der Liebe zu anspruchsvollen Wörtern blieb. Und festzuhalten bleibt, Kate ist eine humorvolle, tolle Frau darüber hinaus, eine begnadete Schauspielerin, Ehefrau, Mutter von vier Kindern und gesellschaftlich unglaublich engagiert. Und wirklich ganz zum Schluss und um den Bogen zum Anfang zu schlagen, noch einmal ein Zitat von Kate, das fantastisch auch auf Tolkiens Mythologie und den Unterschied zwischen den unsterblichen Elben und den sterblichen Menschen passt. Wenn wir wissen, dass wir unendlich viel Zeit haben, wissen wir sie nicht zu schätzen. Hm, ein schönes Schlusswort. Schaut ihre Filme, lasst euch inspirieren, hört, was sie zu sagen hat und tragt es weiter. Gebt uns auch gerne Feedback zu ihr, zu dieser Episode oder schreibt uns auf Instagram oder eine Mail. Wir haben letztens auch wieder eine ganz tolle, lange Mail mit weiteren tollen weiblichen Vorbildern zugeschickt bekommen. Von einem Mann. Von einem Mann. Ja. Und an dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.